Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Heute mal wieder hoffentlich mit Spielsound. Da habe ich ja beim letzten mal richtig schönen Fehler gemacht. Weißt du, das ist so dieses Ding... Also, für die, die jetzt nicht schon länger dazugucken, die wissen das vielleicht nicht, aber normalerweise macht man es ja so, dass man eine Testaufnahme startet, um zu gucken, ob alles läuft. Gerade bei neuen Spielen mache ich das jedenfalls so und viele andere, soweit ich weiß, auch. Natürlich erstmal eine Testaufnahme zu gucken. Ist das Grafik, wird das alles benommen, Sound, klappt das alles. Und dann macht man das halt noch so ein paar Mal am Anfang der Session, damit man halt einfach sicherstellt, okay, es hat sich nicht irgendwie durch Windows irgendwas verändert. Windows updatet ja gerne mal irgendwie Soundkarten treiben oder irgendwie so ein Unsinn. Und, äh, nein, damit das nicht schief läuft. Und irgendwann ist man an dem Punkt, dass man denkt so, Ah, bisschen Klappen, Aufnahmen, los! Mhm, und dann, wenn man auf diesem Modus ist, dann passiert was. Und deswegen gab die letzte, war die letzte Session leider kein Spielsound. Leider. Es tut mir leid. Konntet ihr nicht, ich hatte überlegt, ob ich es, äh, nachsynchronisiere, ob ich die Dialoge, die werden ja entsprechend angeblendet, dass ich die vorlese. Allerdings, äh, war das, ich hab's versucht, aber es war nicht so einfach möglich. Also es hätte unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen, weil ich mir die Texte natürlich vorher durchlesen muss, damit ich weiß, was gesagt wird, damit ich das ein bisschen vernünftig betonen kann, damit das in irgendeine Richtung geht. Und das sind vier Folgen, die ich dementsprechend dann neu vertonen müsste. Und dann dachte ich mir, okay, du könntest das jetzt machen und da dir dann, ne, das sind vier Folgen, sind etwa anderthalb Stunden, dann das vorher nochmal durchlesen, das wären locker drei, vier Stunden gewesen. Du könntest dir das ans Bein binden. Aber die Texte sind ja da. Und da dachte ich mir so, bietet das Folgen jetzt an dieser Stelle so viel Bonus und würde das nicht vielleicht sogar noch mehr verwirren, weil ich ja kommentiert habe, das war ja drin in meiner Kommentierung. Und dann könnte das ja verwirren, dass ihr meine Stimme, die normale ist, einfach nur meine Gedanken, überbringt jetzt auch noch die Gedanken von Sherlock und Watson und anderen Leuten mit rüberbringt. Deswegen, da war ich mir nicht so sicher. So dolle kann ich meine Stimme halt nicht verstellen. Ich hatte es auch beim einen Mal versucht. Aber das hat nicht so geklappt. Ich konnte auch für diese Dauer dann nicht die Stimmen beibehalten. Also, ich weiß nicht, ich hätte das Gefühl, dass ich das nicht beibehalten kann. Vermutlich hätte ich es schon hinbekommen. Kein Plan. Ich habe es nicht lange versucht. Aber im Endeffekt hatte ich mich dann, wie ihr mitbekommen habt, dafür entschieden, nicht neu zu vertonen und gesagt, okay, die Verwirrung wäre vermutlich zu groß. Die Texte sind da, die könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, wenn ihr das möchtet. Ähm, beziehungsweise so oder so. Und dann kommen wir in den vier Folgen ermitteln. Jetzt läuft aber alles. Wir haben wieder Ton und wir gehen jetzt in die Baker Street zurück, damit wir erfahren, was Sherlock sich so überlegt hat. Die ganze Nacht habe ich Albträume gehabt, Holmes, und ich wette, Sie haben keine Sekunde geschlafen. Nicht wahr? Hat Ihnen die Kreide-Nachricht Kopfzerbrechen bereitet? Nicht mir auf jeden Fall. Unter anderem. Und dieser Verrückte ist immer noch auf freiem Fuß, wenn wir nur wüssten, wie er aussieht. Aber das tun wir, Watson. Wir haben eine ziemlich genaue Beschreibung. Dann muss ich etwas verpasst haben, Holmes. Nicht nur, weil ich weiß, dass Sie den Aussagen unserer Augenzeugen wenig Bedeutung beimessen, sondern auch, weil die wenigen Beschreibungen, die wir haben, nicht zusammenzupassen scheinen. Eine ungenaue Beschreibung kann durchaus von Bedeutung sein, wenn man herausfindet, warum und bis zu welchem Grad die Fakten anders sein müssen. Wir haben eine erkenntnisreiche Nacht hinter uns und ich kann Ihnen sagen, wie der gesuchte Mann aussieht. Wie bitte? Wirklich? Ja, aber dafür brauchen wir einige Dinge, Watson. Holen Sie drei Ankleidepuppen, meine Arbeitertarnung, meine drei Perücken, eines Ihrer abgenutzten Jacketts als Arbeiterkleidung und einen Ihrer feinen Anzüge. Ach, und meinen unbenutzten Deerstalker, von dem scheinbar jeder denkt, dass ich ihn Tag und Nacht trage. Was ist denn ein Deerstalker? Eine Re-Stalker? Ja, ich mach alles. Ist in Ordnung. Ich mach das alles. Ach, der Hut? Ne, ist der Hut? Ne, ist ein Stück der Arbeiterkleidung. Sesam, öffne dich! Oh Gott! Weg damit! Sesam, öffne dich! Weg! Eine Perücke! Meine Güte, was soll ich jetzt aufsammeln müssen? Schon wieder die Hälfte vergessen, von der man sich aufsammeln soll. Na, 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 na. Kann ich die öffnen? Ah, ja. Ach, cool, da ist nix drin! Geil! Gucken wir mal, diese Perücke. Die Arbeiterkleidung. Ist da noch was drin? Ah! Eine Perücke! Kommt mir jetzt sehr gelesen. Äh, ja genau. Na, dann ist ja gut. Dann haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen? Nö, Sesam, öffne dich. Willst du mir sagen, dass das der Mörder ist? Passt aber auch irgendwie nicht rein, ne? Warum stehen die da? Weg. Für einen der Morde gibt es keine Zeugen. Hinsichtlich der anderen drei Morde haben wir jedoch mindestens jeweils eine Person, die behauptet, das Opfer wenige Minuten vor seinem Tod bei einer Unterhaltung mit einem Mann gesehen zu haben. Wissen Sie noch, wer diese Zeugen waren, Watson? Nein. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ich will noch eine Puppe. Ganz entspannt. Lass mich einmal die letzte Puppe finden. Und noch ein paar andere Klamotten, die uns offensichtlich noch fehlen. Ach, stimmt. Wir hatten ja... Stimmt, wir haben Zeugenaussagen immer noch... Ein Horrorspielen würde ich übrigens das eher nicht so oft machen, muss ich sagen. Na gut, haben wir denn alles? Fehlt noch irgendwas? Wir haben alles. Versuchen wir das Aussehen, die Größe und das Alter der Männer basierend auf den Aussagen unserer drei Zeugen zu rekonstruieren. Das ist ja gut. Also, bestimmen Sie die Größe, Alter und Kleidung. Kann ich noch irgendwo in die... Notizen... Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir alles nochmal durchgehen, was wir irgendwie bekommen haben. Auch Dialoge, Notizen... Meine Güte, okay. Wir haben das. Ermodung. Der... Der erste Reaktion hat der Gang... Hier haben wir das Erste. Und zwar, die Zeugenaussage von Y. Long. Sie beschreibt den Mann, den sie mit dem Opfer gesehen hatte, wie folgt. Alter mindestens 40 Jahre. Größe. Etwas größer als die Frau, mit der er sich unterhielt. 5,3 Zoll, wie auch immer. Also, fangen wir mit dir an. Wir haben etwas größer, also sagen wir 5,4 Zoll. Altersmittel etwa 40. Kleidung, brauner Deerstalkerhut, abgenutztes Jackett. Was ist denn ein Deerstalkerhut, das? Und was haben wir noch? Besondere Merkmale, dunkles Haar, dunkler Schnurrbart, dunkler Tau. Dunkle Perücke. Mit Schnurrbart. Was kann doch das sein, oder? Dunkelbraun, dunkelbraun. Haben wir zwei dunkelbraune Perücken? Haben wir so viele dunkelbraune Perücken? Interessant. Okay, gut. Das ist das Erste. Dann kommen wir weiter. Das nächste ist dann, gucken wir mal hier. Ich gucke mal weiter. Hier haben wir dann die Aussage von Abraham, die wir beim letzten Mal mitbekommen haben, wo sein Freund Joseph, nee, nicht Joseph, sein Freund, sondern der andere, beschrieben hat, dass der Mann etwa 30 Jahre alt gewesen ist und ungefähr 5,7 groß gewesen ist. Also, das ist hier. Ich habe mal auch, das kann man hier markieren. Das ist richtig gut. Also, 5,7 und 30. Da kann etwas nicht stimmen, Watson. Lesen wir noch einmal Abrahams Zeugenaussage. Was? Bin ich doof? Ungefähr 5,7. Ja, ich bin noch dabei. Stell doch mal. 30? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ausgezeichnet. Jetzt der nächste Schritt. Eh. Okay. Das passt jetzt alles. So, jetzt müssen wir hier gucken. Also. Was trug der Herr denn? Was trug der Herr denn? Also. Hellen, teilen und blonden Oberlippenbart, weite, dunkle Arbeiterkleidung, graue Kappe mit rotem Schal. Graue Kappe. Blonde Perücke. Und Arbeiterkleidung. Da kann etwas nicht stimmen, Watson. Lesen wir noch einmal Abrahams Zeugenaussage. Ja, aber. Äh? Also. Ich hab's gelesen. Nicht? Der Mann muss etwa 30 Jahre alt gewesen sein und ungefähr 5,5 Strich, 7, 2 Strich groß gewesen sein. Also. Ähm. Er könnte sich nur daran erinnern, dass der Mann etwa 3 Zoll größer war als die Frau, die höchstens 5 Fuß groß gewesen ist. Ja, aber dem passt das hier offensichtlich nicht zusammen. Dann müsste es auch 5,3 gewesen sein. Perfekt, Watson. Weil dann ist das, warum steht da 5? In der Tat, Watson, das ist die richtige Größe für Abrahams Ankleidepuppe. Die Aussage von Mr. Solomonovic, Freund, kann mindestens in einem Punkt nicht stimmen. Der erste Joseph sagte, dass der Mann mindestens 5 Fuß 7 Zoll groß sei. Der zweite Joseph gab jedoch an, dass der Mann etwa 3 Zoll größer als das Opfer sei, das, wie wir wissen, höchstens 5 Fuß groß war. Daraus lässt sich ableiten, dass der Mann etwa 5 Fuß 3 Zoll groß ist. Vergessen wir nicht, dass es der zweite Joseph war, der seine Freunde auf das Paar aufmerksam gemacht hat. Wir können also davon ausgehen, dass er sie nicht nur flüchtig gesehen, sondern länger beobachtet hat. Der junge Constable Smith muss sich bei seiner Aussage bezüglich der Größe des Täters getäuscht haben. Es handelt sich um einige Zoll und wir können seine Größenangabe an die Größe der beiden anderen Ankleidepuppen anpassen. Ähm, damit wir nicht durcheinander kommen mit den Josephs. Gut, jetzt müssen wir noch die letzte Zeugenaussage finden. Das wird wieder ein bisschen dauern. Das dauert gar nicht lange. Ich bin sofort hier. Meine Güte. Constable Smith. Schau mal in der Kuck. Ich habe hier, ähm... Ich habe gehört, sie hätten das Opfer in der besagten Nacht gesehen. Stimmt. Wie sah dieser Mann aus? Ich habe ihn nur von hinten gesehen. Er hat schwarze Kleidung getragen und einen kleinen Filzhut in dunkler Farbe. Bravo, Watson. Das sind unsere drei Zeugen. Ja! Also, er trug... Oh, uns fehlt noch ein Hut. Uns fehlt noch ein Hut. Uns fehlt noch ein Hut. Ähm, und zwar ein Filzhut in dunkler Farbe. Eher wie eine Kappe. Mit einem weißen Kragen. Ich kann auch das als Kappe nehmen. Mal gucken. So. Und was war jetzt noch? Er schien eher zu den ansiedelnden Leuten gehören. Deswegen dieser edle... Anzug. Also, er wird knapp 30. Wenn nicht sogar ein Junge. 28, vielleicht mal 26. 5, 8. Olivbraun Oberlittenbart. Olivbraun. Was ist denn Olivbraun? Ist das dunkel? Ich würde sagen, es ist dunkel. Und du bist, sagen wir mal, 28 mit auch 5, 3. Bravo, Watson. Unsere Ankleidepuppen sind basierend auf den Zeugenaussagen richtig eingekleidet. Ja. Und jetzt versuchen wir festzustellen, in welchen Punkten diese Aussagen voneinander abweichen und warum sich die Zeugen geirrt haben könnten. Sehen wir uns diese Perücken und Bärte an und beginnen mit der Aussage des ersten Josephs, der den Mann bei guten Lichtverhältnissen gesehen hat und ihn mit blondem Haar beschreibt. Bleiben wir bei dieser Ankleidepuppe, aber betrachten sie bei den Lichtverhältnissen und aus dem Winkel der anderen beiden Zeugen. In der Dunkelheit der Nacht mit schwacher, künstlicher Beleuchtung von oben. Schalten sie das Licht aus, Watson. Wow, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist nicht wirklich... Das ist richtig deduktive Logik, die hier angewandt wird. Aus. Eine schwache Beleuchtung kann also unsere Farbwahrnehmung beeinträchtigen. Ja. Die Perücke von Abrahams Ankleidepuppe hat bei schwacher Beleuchtung die gleiche Farbe wie die anderen Perücken. In diesem Punkt weichen die Aussagen also nicht voneinander ab. Und wir können alle drei Ankleidepuppen mit der gleichen Haarfarbe versehen. Blond. Schalten sie das Licht wieder ein, Watson. Überweg dich bloß nicht. Also, alle kriegen jetzt eine blonde Per... Alle kriegen jetzt eine blonde Perücke. Bitte sehr, Holmes. Gut gemacht, Watson. Bezüglich der Haarfarbe des Mörders sollte Abrahams Aussage die zuverlässigste sein, da Joseph der Einzige war, der den Täter bei guter Beleuchtung gesehen hat. Seine Haare müssten daher blond sein. Wie Sie sehen, Watson, ist es für einen Augenzeugen nicht leicht, objektive Schlussfolgerungen zu ziehen. Aus diesem Grund sollten wir auch die unterschiedlichen Angaben bezüglich des Alters unseres Mannes erneut überprüfen. Selbst wenn Sie einer Person bei guten Lichtverhältnissen mehrere Stunden lang direkt gegenüberstehen, inwieweit können Sie ihr Alter wirklich exakt bestimmen? Völlig korrekt. Und erst recht, wenn Sie diese Person nur für einige Sekunden sehen und vielleicht sogar nur von hinten. Wir müssen eine gewisse Abweichung einkalkulieren, wenn wir die Zeugenaussagen berücksichtigen und trotzdem wissenschaftlich bleiben. Was jetzt genau? Altersabweichung. Willst du mich rollen? Wieso sieben von zehn? Drei von fünf? Also, wir haben Constable. Du hast den Mann nur von hinten gesehen. Das heißt, von hinten und nur mal so eben schnell ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Das heißt, er hat, glaube ich, die größte Abweichung. War das denn bei Licht? Warte mal, du hast... Äh... Ich hätte ihn nur ganz kurz gesehen. Auf der anderen Seite, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir jetzt sowas mit reinspielt, glaube ich, dass ein Polizist eher in der Lage ist, objektiv schnell Informationen wahrzunehmen und wieder abzurufen, da das ja irgendwie auch ein bisschen zu seinem Beruf gehört, schnell winzige Details abzuwägen. Ist das eine potenzielle Gefahrenquelle? Was ist da los? Muss ich hier vielleicht einschreiten? Also, das ist, glaube ich, etwas, worauf Polizisten eher geschult sind als normale Dudes und Dudins. Deswegen. Aber er hat, glaube ich, am wenigsten genaue Angaben, weil von hinten und nur kurz. Das war seine. Das heißt, hier würde ich sagen... Ach, guck mal, das ist ja... Hä? Was genau mache ich jetzt hier? Was genau mache ich jetzt hier gerade? Das verstehe ich gerade nicht, was ich hier gerade tue. Für die Ankleidepuppe von Smith... können wir eine Abweichung von sieben bis zehn Jahren tolerieren. Er hat den Mann nur von Weitem und dem Dunkeln gesehen. Smiths Ankleidepuppe mit einer Abweichung von sieben bis zehn Jahren. Ach so. Das heißt, sieben bis zehn. Das heißt zum Beispiel von 18 bis 34. Und von 19 bis 33. Perfekt, Watson. Wir dürfen nicht vergessen, dass laut Abraham der erste Joseph den Täter aus nächster Nähe gesehen hat. Deswegen wird seine Einschätzung höchstens einige wenige Jahre vom tatsächlichen Alter des Täters abweichen. Für Abrahams Ankleidepuppe dürfte eine Abweichung von drei bis fünf Jahren angebracht sein. Was immer noch ganz schön präzise ist, wie ich finde. Das heißt... Das war's. Ausgezeichnet. Und hier, was soll bei dir? Es wäre nicht unklug, wenn wir dieser Zeugenaussage mit einer gesunden Skepsis gegenüberstehen würden. Für Longs Ankleidepuppe sollten wir eine Abweichung von sieben bis zehn Jahren bemessen. Warum? Was war das denn? Was war denn bei dir nicht in Ordnung? Das war... Aus der Zeugenaussage von Ilong. Äh, die Zeugen haben sich sicher, weil sie angeht, beim Abbiegen auf der Straße gehört haben, wie die Uhr vor der Händler beschliegt, sah sie, wie sich ein Mann mit einer Frau unterhielt. Zeugen hat die Leiche... Okay, ähm... Es war... Sie sah den Mann nur von hinten? Sie sah den Mann auch nur von hinten. Okay, na gut. Das heißt... Ein und drei... Ich weiß nicht, warum... Also das verstehe ich nicht, warum ich das hier mache gerade. Einfach die Zahlen da jetzt eintragen. Das sehe ich gerade nicht, muss ich sagen. Was mir das jetzt bringt, diese Einteilung. Das war's. Ausgezeichnet. Bitte sehr, Holmes. Jetzt, da wir uns die Zeugenaussagen genau angesehen haben, lassen Sie uns überprüfen, inwieweit Sie übereinstimmen. Wenn wir für jede Ankleidepuppe die Abweichung berücksichtigen, können wir daraus das Alter des Mörders so exakt wie möglich ableiten. Bestimmen Sie das Alter des Täters anhand der Altersabweichung. Ja, ich bin persönlich bei 33. Bei 33 ist bei jedem drinne. Perfekt, Watson. Mit einer Abweichung von einem Jahr, Watson, beträgt das Alter unseres Mörders 33 Jahre. Das ist sehr präziser. Aber der von Smith beschriebene Mann trug vornehme Kleidung, während er laut den anderen beiden Zeugen schlecht gekleidet war. Für wahr. Aber was man in Whitechapel als vornehme bezeichnet, kann durchaus auch nur die Sonntagskleidung sein, die selbst die Menschen der unteren Gesellschaftsschichten besitzen. Versetzen wir uns jetzt in die Lage von Listrights Mörder. Er hat gerade erst sein Opfer getötet und sieht, wie Louis Diemschutz die Leiche entdeckt. Unser Mörder geht ein hohes Risiko ein, wenn er in der Gegend bleibt. Also flieht er vom Tatort. Er will jedoch erneut zuschlagen. Allerdings könnte er in der Gegend erkannt werden, bevor er das Verbrechen überhaupt begangen hat. Beispielsweise von einem Polizisten auf seinem Rundgang, der eine Beschreibung des Täters gelesen hat. Was würde der Täter ihrer Meinung nach tun? Woanders hingehen? Und neue Kleidung als Tarnung kaufen? Nee, kaufen kann ich sein, weil es war mitten in der Nacht. Also die Kleidung in den Abwasserkanal oder den Mülleimer werfen? Oh, warte mal. Die Kleidung wechseln, ein neues Opfer suchen das auf jeden Fall? Ja, ja, ganz entspannt. Ähm. Ah, nein, das ist wohl nicht richtig. Nein, Watson. Ja, 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 ja. Die Kleidung in einen Abwasserkanal oder Mülleimer werfen und anschließend ein neues Opfer suchen. Das kann ich mir nicht vorstellen, Watson. Jemand aus einer unteren Gesellschaftsschicht würde seine Kleidung nicht so verschwinden lassen. Was? Okay. Ah, nein, das ist wohl nicht richtig. Also neue Kleidung kaufen? Ah, nein, das ist wohl nicht richtig. Und den zweiten Motto? Ah, nein, das ist wohl nicht richtig. Nein, Watson. 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 Der Mann ist an seinen sicheren Wohnort zurückgekehrt und hat dann beschlossen, mit anderer Kleidung erneut eine nächtliche Gräueltat zu begehen. Das würde aber sehr stark einschränken, wo er wohnt. Das würde eine Erklärung für die unterschiedlichen Zeugenaussagen bezüglich der Kleidung sein. Was für ein kaltblütiges Monster. Und welch eine wilde Entschlossenheit. Dieser Mann wird von machtvollen Motiven getrieben. Wir können daraus also folgern, dass der vornehmen gekleidete Mann mit dem Päckchen durchaus auch von den beiden Josephs gesehen worden sein könnte. Das war's für ein kaltblütiges Monster.